Heute mal ein Video für alle, die sich mal so ordentlich die Nägel verstärken wollen. Ja, heute ein Video für alle, die sich gerne mal die Nägel verstärken wollen, deren Nägel einfach abreißen, einbrechen, nicht lang genug werden, um schön zu sein, die sie dann danach lackieren wollen vielleicht, ein bisschen nett haben wollen. Dafür ist dieses Video heute gedacht und zwar machen wir das Ganze mit dem Naturnagelverstärkungsset von Juliana Nails. Die haben mir das Ganze zur Verfügung gestellt, also einfach mal gerne bei denen vorbeischauen. Gewinne, Gewinne, Gewinne gibt es natürlich auch noch. Mein Gott, das ist ja wie Weihnachten in den letzten Videos. Hi, der Witze, Herr Kapitän. Und zwar könnt ihr dieses geile Nagelverstärkungsset auch noch gewinnen zum Schluss. Da hinten steht es schon, das könnt ihr gewinnen und einfach mal bis zum Ende dabei bleiben und dann wird bekannt gegeben, wie ihr teilnehmen könnt, was ihr machen müsst, um dieses Teil zu gewinnen. Also schön dranbleiben. Außerdem würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abonnement von euch freuen. Zudem gerne auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich auch einen Kommentar da lassen. Da würde ich mich auch sehr gerne drüber freuen. Zudem könnt ihr auch noch das Glöckchen anklicken. Da seid ihr immer auf dem Laufenden und bekommt immer eine Nachricht, wenn ein neues Video rauskommt. Aber genug geschnackt, gucken wir doch jetzt einfach mal in diese kleine Box rein, was da so drin ist und was das so kann. Ich habe das Ganze schon einmal unboxed auf meinen Social Media Accounts. Also wer da noch nicht reingeschaut hat, da gibt es immer alle Sachen live unboxed. Diesmal war das Ganze auf, ich glaube Instagram habe ich das schon mal ausgepackt. Genau, da einfach mal vorbeischauen, dann seid ihr immer auf dem Laufenden und auf dem neuesten Stand. So, was haben wir denn hier alles? Oh, sogar eine Anleitung dabei. Okay, eine Anleitung. Gucken wir da erstmal rein. Okay, hier haben wir schon mal die Auswahl an Farben, was die so haben. Ein Starter Gel Lack, entfernen, lösen von Gel, Starter Acryl, okay, ist schon auf jeden Fall. Wem dieses Anleitungsvideo jetzt nicht reicht, der darf da gerne nochmal reinschauen in die Anleitung. Alles nochmal genau beschrieben. Gel Premium, Modellage mit Tipps. Naturnagel vorbereiten. Ach ja, hier haben wir die verschiedenen Starter Sets von Juliana Nails. Was ihr auf jeden Fall noch braucht, ist eine UV-Lampe für diese drei Starter Sets. Vielleicht sogar noch für das, wenn ihr ein... Ich sehe jetzt hier keine Versiegelung. Genau. Also für diese drei Starter Sets braucht ihr auch noch eine UV-Lampe. Ganz wichtig, sonst kriegt ihr das Zeug nicht gehärtet. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr eine UV-Lampe habt, eine LED oder eine Gel, eine normale UV-Lampe, könnt ihr euch dann zwischen diesen drei Starter Sets 1 aussuchen. Wir haben dieses hier, genau. Was es dann später auch noch zu sehen gibt. Genau. Das kann schon mal zur Seite. Das brauchen wir erstmal nicht. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall schon mal Cleaner. Ganz wichtig, unabdingbar. Den brauchen wir dann, um die Schwitzschicht vom Gel zu entfernen. Und das kann dann schon mal zur Seite. Dann haben wir hier noch einen Primer. Der ist wichtig, um den Nagel aufzurichten. Also wichtig für die Haltbarkeit der Gelnägel. Der richtet den Nagel, wie gesagt, auf und öffnet die Poren des Nagels, damit sich das Gel da besser reinsetzen kann. Dann haben wir hier noch einen Pinsel. Was ist das für eine Größe? Sechser, genau. Auch ganz wichtig, um das Ganze aufzutragen. Eine Pfeile, ich glaube, das ist 120, 180. Einmal in gebogen und gerade. Sehr gut. Ja, für Anfänger würde ich eher die gebogen empfehlen. Da kommt man besser in die Ecken rein. So, dann noch ein Buffer. Auch wichtig. Der Buffer ist eine ganz, ganz feine Pfeile. Da könnt ihr den Nagel nochmal schön nachbearbeiten. Die letzten Unebenheiten wegmachen. Auch sehr gut. Eine Nagelbürste. Sehr, sehr wichtig. Nagelstaub kann nämlich auch für Liftings verantwortlich sein. Dass die Nägel sich ablösen, etc. Also den Nagel immer gut entstauben. Dann haben wir hier noch einen sogenannten Pferdefuß, heißt das Ding, glaube ich. Genau, um die Nagelhaut zurückzuschieben. Für Leute, die viel Nagelhaut haben, bräuchtet ihr dann noch eine Nagelhautzange, um die Nagelhaut zu entfernen. Sieht immer schöner aus, auf jeden Fall. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, der darf gerne mal in dieses Video reinschauen. So, last but not least haben wir dann auch noch das Gel. Und zwar, das ist ein Fiberglasgel. Fiberglas ist sehr gut für sehr brüchige Nägel. Denn Fiberglas verstärkt das Ganze so ein bisschen besser und dann kann euch das nicht so schnell einreißen. Zudem könnt ihr mit Fiberglasgel den Nagel etwas dünner arbeiten und er bricht euch trotzdem nicht durch. Ja, was gibt es sonst noch zu dem Gel zu sagen? Es ist ein klares Gel und es ist ein sehr dünn viskoses Gel, also ein sehr dünnes Gel. Lange Nägel würde ich damit jetzt nicht unbedingt machen, ist eher für kurze Nägel geeignet, weil es, wie gesagt, sehr dünn ist und wenn ihr längere Nägel habt, müsst ihr den Aufbau ein bisschen dicker machen und das wird wahrscheinlich damit relativ schwierig gehen. Genau, so, das kommt dann auch zur Seite und dann würde ich sagen, testen wir das Ganze doch direkt mal an der Franzi, wie das Ganze funktioniert, ob es funktioniert, wie gut das ist und genau, das machen wir jetzt. So, für ein Nagelverstärkungsset müsst ihr, ne, für die Nagelverstärkung, so, für die Natur-Nagelverstärkung, müsst ihr auf jeden Fall erstmal den Nagel vorbereiten. Vorbereiten heißt, dass ihr die Nagelhaut entfernt, falls welche da ist. Ich werde jetzt hier den Nagel erstmal kurz anrauen, das könnt ihr dann mit der beigefügten Pfeile wunderbar machen, mit der feinen Seite aber auf jeden Fall anrauen. Falls ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt lieber den Buffer und raut den Nagel damit ein bisschen an. Hier durch die Ecken sollten wir auf jeden Fall mit der Pfeile gehen, damit wir die unsichtbare Nagelhaut etwas entfernen können, denn diese ist sehr oft dafür verantwortlich, dass ihr Liftings rein bekommt unter das Gel, dass Luft unter das Gel kommt und, ja, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Ich habe jetzt hier Gel drauf, ist aber egal, wenn ihr einen Naturnagel habt, wirklich ganz leicht den Nagel anpfeilen. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt lieber den Buffer. So, bevor ihr pfeilt, auf jeden Fall die Pfeile einmal entgraten. Hier und hier sind scharfe Kanten. Nehmt euch irgendwie eine alte, andere Pfeile oder so und dann geht ihr einfach damit einmal an den Kanten entlang. So, vermeidet ihr Verletzungen, minimiert die Verletzungsgefahr und könnt euch nicht so leicht verletzen oder die Kundin verletzen. So, und dann einfach mit der feinen Seite an der Nagelhaut entlang gehen. Ganz vorsichtig. Am besten auch erst die Nagelhaut ein wenig zurückschieben mit dem mitgelieferten Pferdefuß und dann vorsichtig an der Nagelhaut entlang gehen. Falls ihr noch irgendwelche Nagelreste auf dem Nagel habt oder so, Nagellackreste, die auf jeden Fall auch entfernen, weil Gel hält nicht wirklich gut auf Nagellack. Das sind zwei verschiedene Systeme und daher könnt ihr da auch schnell mal ein Lifting reinkriegen. Deshalb auf jeden Fall alles, was da noch drauf ist, entfernen. Nagellack, Klarlack, was auch immer. Und dann fallt ihr einfach ganz vorsichtig den Nagel an. Ich muss jetzt hier noch das Gel entfernen, aber ansonsten raut ihr den Nagel ganz leicht an. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt einfach den Buffer und geht damit ganz leicht einmal drüber. So, dass keine glänzenden Stellen mehr auf dem Nagel sind und dann können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. So, nachdem ihr den Nagel vorbereitet habt, könnt ihr dann mit dem Primer weitermachen. Wer nicht weiß oder noch mal genauer wissen will, wie Nagel richtig vorbereiten geht, darf noch mal gerne in dieses Video reinschauen. Habe ich vor einer Weile schon mal ein bisschen genauer erklärt. Ansonsten machen wir jetzt mal den Primer drauf. So, hier ist ein kleines Pinselchen dran. Wenn die Flasche jetzt so voll ist, würde ich den erstmal einmal kurz auf einem Zeva einmal abtupfen, damit das Gröbste weg ist. Denn wenn ihr jetzt an die Haut kommt, könnte es sein, dass das ein wenig brennt. Einfach nur so ein paar Tropfen drauf. Ihr seht, das verteilt sich ganz von alleine. Und wenn ihr zu viel nehmt, weil das ist säurehaltig, das könnte schnell mal ein wenig brennen auf der Haut. Hatte ich ja schon kurz gesagt, Primer ist dafür da, um den Nagel zu öffnen. Dadurch kann das Gel besser eindringen und halten. Ich persönlich würde bei Kunden das Ganze jetzt noch mal kurz in die Lampe reinpacken, damit die jetzt nicht mehr an die Hände kommen, irgendwie dran rumlutschen oder wie auch immer. Deshalb tust du das mal kurz in die Lampe. Ton tut man nicht. Ton tut man nicht. Ganz wichtig, jetzt dürft ihr nicht mehr auf den Nagel kommen, irgendwie durch die Haare gehen oder wie auch immer. Denn Haut und Haare haben natürlich etwas Eigenfett. Und sobald das an den Nagel kommt, könnte es Haftungsprobleme geben. Und das wollen wir natürlich vermeiden. So, und jetzt kommt schon unser Einphasen-Fieberglas-Gel zum Einsatz. Wie gesagt, hier braucht ihr kein Haftgel. Fragen mich manche noch, kann ich auch ohne Haftgel arbeiten? Ja, könnt ihr. Aber wenn ihr normales Aufbau-Gel nehmen würdet, ein Drei-Phasen-Gel, dann könnte es auch Haftungsprobleme geben. Deshalb nehmt lieber ein Einphasen-Gel. Da ist alles in einem drin. Die Einphasen-Gele sind meistens auch etwas dünnflüssiger. Das heißt, eher für kurze Nägel geeignet, denn wir wollen den Nagel ja auch etwas aufbauen. Genau, aber da das halt so dünnflüssig ist, könnte es schnell mal verlaufen. Aber wir gucken mal, wie gut das für Flieseigenschaften das so hat. Das geht eigentlich ganz okay. Auf den ersten Blick. Aber probieren wir es mal auf den Nagel aus. So, ganz wichtig. Die erste Schicht würde ich jetzt ganz dünn auftragen. Einmal komplett den Nagel einstreichen. Das Ganze auch gerne so ein bisschen einmassieren. Ganz wichtig, nicht an die Haut kommen. Ein bisschen einmassieren, damit wirklich das Gel schön in die Nageloberfläche eindringen kann. So, und jetzt können wir auch schon eine etwas dickere Schicht machen, um den Nagel zu verstärken. Dazu einfach so einen kleinen Tropfen rausnehmen und dann auf dem Nagel verteilen. Ich fange immer in der Mitte an, gehe dann zur Nagelhaut und dann arbeite ich mich nach vorne zur Nagelspitze. In der Mitte muss die dickste Stelle sein. Ganz wichtig, damit das da vernünftig hält. Denn da ist die Bruchstelle und da kann der Nagel schnell mal durchbrechen. Bei ganz kurzen Nägeln ist das natürlich nicht ganz so wichtig. Aber wenn die Nägel etwas länger werden, muss da auf jeden Fall eine etwas dickere Stelle sein. Hier hinten also dünn, hier vorne dünn und in der Mitte etwas dicker. So, falls ihr auf Haut gekommen seid, könnt ihr das jetzt noch schnell korrigieren. Dann kommt das Ganze für 120 Sekunden ungefähr, 130 Sekunden in die Lampe rein. Und dann könnt ihr Nagel für Nagel so weitermachen. Wer nochmal genau wissen will, wie Aufbaugel auftragen richtig funktioniert, der darf gerne nochmal in dieses Video reinschauen. Und da erkläre ich es nochmal genau und im Detail. Beim Zeigefinger solltet ihr darauf achten, genau wie beim Daumen den Einzelnen in die Lampe reinzulegen. Denn es kann immer sein, dass beim Zeigefinger nicht genug Licht an den Finger kommt. Denn die anderen Finger könnten im Weg sein. Genauso wie der Daumen. Der Daumen würde schief drin liegen, wenn er die ganze Hand rein tut. Tut man nicht. Wenn ihr die ganze Hand reinlegt. Dann würde der Daumen schief liegen und das Gel würde an der Seite runterlaufen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. So, nachdem das Ganze ausgehärtet ist, werden wir jetzt den Cleaner benutzen. Ein Cleaner ist dafür da, um die Schwitzschicht zu entfernen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf den Nagel fassen würdet, habt ihr so eine klebrige Schicht drauf. Die machen wir mit dem Cleaner weg. Leider sind keine Zelletten dabei, aber jeder hat ja so ein Wattepad zu Hause oder ein Stück Zewer. Damit funktioniert das natürlich auch. So, das war ein bisschen viel. So, und dann einfach drüber gehen und die Schwitzschicht entfernen. So, als nächstes würde ich den Nagel nachfeilen. Wenn ihr jetzt zufrieden seid mit dem Ergebnis, könnt ihr es natürlich auch so lassen. Aber wer es perfekt haben möchte, der sollte den Nagel jetzt nachfeilen. Das bedeutet, wenn ihr hier irgendwie so auf die Haut draufgekommen seid oder so, das feilen wir jetzt nochmal weg. Genauso, wenn ihr hinten an der Nagelhaut irgendwie auf die Haut mit dem Gel gekommen sein solltet, das könnt ihr jetzt nochmal korrigieren und wegfeilen. Wer es genau wissen will, wie es geht, der kann einmal hier oben in das Video reingucken. Da erkläre ich sechs Schritte zum Nachfeilen einmal im Detail. Hinten an der Nagelhaut natürlich aufpassen. Nicht, dass ihr auf die Haut kommt und die zu dünn feilt oder irgendwie blutig feilt. Das sollte man vermeiden. Genauso wie an den Seiten. Ich nehme meinen Daumen immer so ein bisschen als Abstandshalter, den lege ich dann hier hin und dann gehe ich einfach mit der Pfeile entlang. Ziel ist jetzt auch hier hinten den Nagel dünn zu feilen, hier vorne etwas dünner zu feilen, alle Unebenheiten weg zu feilen, quasi aus einem Rohdiamanten einen Diamanten machen. Immer zum Schluss auch mal gerade oben drauf gucken, von der Seite gucken, von allen Richtungen einmal drauf gucken, ob der Nagel wirklich eine vernünftige Form hat, überall der Nagel schön gefeilt ist, keine Kante mehr irgendwo drin ist oder irgendwie sowas. Wirklich den Nagel einmal vernünftig kontrollieren. Dann könnt ihr nochmal kurz mit dem Buffer drüber gehen und dann einmal das Ganze vernünftig entstauben und schon wäre der Nagel nachgefeilt. So, da die Nägel jetzt natürlich matt sind, müssen wir die wieder versiegeln. Das machen wir jetzt auch mit dem Feverglas Clear. Dazu einfach eine dünne Schicht auf den Nagel auftragen, so dass sie dann wieder glänzen. Hier auch wieder ganz wichtig, nicht an die Haut kommen, das ist jetzt die letzte Schicht, die ihr auftragt. Das Ganze wird dann kurz ausgehärtet, wie gesagt 120, 130 Sekunden, dann wieder abgecleanert und schon seid ihr fertig. Falls ihr noch irgendwelche rauen Stellen sehen solltet auf dem Nagel, dann das Feverglas Gel noch einmal auftragen, nochmal aushärten, abcleanern, fertig. Falls ihr jetzt ein UV-Nagellack habt, könnt ihr den anstelle des Feverglas Gels auftragen und danach nach dem UV-Nagellack das Ganze drüber machen. Ihr dürft natürlich auch normalen Nagellack verwenden, dafür auf jeden Fall auf der Versiegelung arbeiten, das, was wir gerade gemacht haben. Da würde ich jetzt über den Nagellack, also richtiger Nagellack, da könnt ihr kein Gel drauf machen, das würde nicht halten. Das würde euch sofort abplatzen nach ein, zwei Tagen. Deswegen wirklich nur Nagellack verwenden und dann kein Gel mehr drüber machen. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze etwas näher bringen, zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, kommen wir doch direkt mal zur Verlosung. Und zwar könnt ihr dieses kleine, geile Starter-Set gewinnen. Und zwar, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur Abonnent von meinem Kanal sein. Wie immer, ihr kennt das Ganze ja schon. Zudem einfach nur den Hashtag Naturnagelverstärkung, hätte ein etwas längerer Hashtag, unten in die Kommentare reinklöppeln, reinhauen und schon macht ihr beim Gewinnspiel mit. Das Ganze wird dann nächsten Montag live auf YouTube ausgewertet und der Gewinner wird gezogen, ich denke mal um 20 Uhr. Näher, das steht unten nochmal in der Beschreibung drin, da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen, den Hashtag rauskopieren am besten und in die Kommentare reinhauen. Ich wünsche allen viel Glück, viel Erfolg bei der Verlosung. Ich würde am liebsten jedem von euch eins schenken, aber das ist leider nicht möglich. So viel Kohle habe ich leider nicht. Ansonsten würde ich mich über ein Abonnement von euch freuen. Sehr gerne auch einen Daumen nach oben, ein Glöckchen anklicken, falls ihr mal auf dem Laufenden bleiben wollt. Und ich würde mich auch noch mehr darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Bis zum nächsten Mal.